Und ein freundliches Anleerloch, ich bin eure Freunde, euer BetterPlayer hier mit einer neuen Folge von Minecraft Together mit den Nightcore Dope am Start, immer wieder. Yo. In dieser Folge suchen wir mal Kühe, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Was habe ich gemacht? Du darfst natürlich nicht draufhüpfen, ne? Boah, zum Glück war ich nur auf einem, aus Versehen. Platz ein. Ja, du kannst einpflanzen. Okay. So, wo lang gehen wir? Ähm, ja, lass mal was. Alter, so nicht, ich jetzt keine Ahnung, hast du den Baum nicht richtig abgebaut, kann das sein? Natürlich nicht. Alter, jetzt steht da so ein kaputter Baum. Aber ganz viele Bäume sind auch weg hier. Oh ja. Ich habe hier keine Hacke. Ich verwende einfach mal meine Diamanten. Ja, das geht ja von selbst weg, das ist ja egal. Frage ist nur, wo sind die Kühe? Die Mäh macht er. Okay, du selber. Mäh. Mäh. Schüss mit dir. Mäh. Mäh. Oh, da sind Schafe. Oh, da sind Schafe. Die sind Schafe. Oh, viele Schafe. Oh, da sind Schafe. die die guck mal wo gibt es hier da ist scharf aber Kühe ich weiß nicht wo Kühe sind das ist natürlich echt unglücklich jetzt wir brauchen zwei Kühe da gehen wir bis hin Hühner und Schafe sehr viele Schafe aber aber immer noch keine Kühe sind wir nicht in dem Gebiet von Kühen das ist ja natürlich echt scheiße oh hier sind wieder Hühner das ist schon weiter das war wahrscheinlich nicht weil so weit ich sehe dich ja noch ist gerade an mir vorbeigelaufen echt sehe ich gar nicht achte doch auf meinen Namen ach da ja ich hab den Namen nicht gesehen da könnte es eventuell Kühe geben was ganz viele Schweine ja ja Killser eventuell gibt es hier Kühe Procton Gamble natürlich nicht nur Schweine auch ganz viele Hühner Schweine aber nicht das was wir brauchen ja das ist doch scheiße hier ist Kohle Kohle brauchen wir auch so t t t oh es wird dunkel es geht wir sind noch mittlerweile im Tag wir müssen die doch irgendwann mal finden mehr ein Buch das ist ein mega kohle Ohrgott Wolter und der Kuhl am Start und viele Schweine Jawohl, 20 Kohle direkt wieder. Ach, du bist schon weiter. Kann doch nicht sein. Das sind Schweine. Alter, voll viele Schweine. Ich glaube, Fleisch haben wir tatsächlich jetzt genug, ne? Also gut, viel gesammelt. Kann man nicht genug haben, aber auf jeden Fall schon mal gut. Okay. Da wirst du. Okay. K Kohl ist auf jeden Fall echt nice Kohl er sagt sie überhaupt eine Spitzkirche? Du hast doch eine Spitzkirche, ne? Aber eine Kohlensieße im Abbau Oh, hier ist eine kleine Unterwürste Nische Ah, wo Kohle drin ist Geil Auch Kohle abgebaut Oh ja, Kohlevorrat ist wieder da Nice Ich hab fast einen Stack Kohle Kann doch nicht sein, dass das so lange dauert, bis man die Kühe kommen Kann doch nicht sein Oh, was ist das denn? Leil Sieht aber auch schnicker aus hier, ne? Mhm Hier ist eine Höhle Oh, hängst du jetzt schon wieder Hinter dir Uh, schleißt die rum, ey Mal kurz Ich sagte, warte mal kurz, ne? Na, ich guck mal hier, so flücht Also wir können ja auch noch umsiedeln, das ist ja kein Problem, ne? Nö, wäre kein Problem, was ich meine, wir wollen ja auch in die Höhle erstmal, ne? Welche? Kühe!! Drei Stück, vier Stück Ach geil, alter, geil Hat sich erledigt, warte Nicht, nein, 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 nur eins hab ich jetzt gedötet Oh, Junge Drei Stück da unten, hier, hier Warte, warte, warte Ich muss erstmal hier Futter machen, sonst sterbe Und es wird dunkel, als wir müssen sie, auf jeden Fall, jetzt es ist es ist ich habe es im Film gefunden Prozent es geht mit ihm nichts in den nächsten Punkt Hast du Erde oder so, Bitt? Ja Dann bau die mal bitte ein Warte Nein, du sollst mitkommen Komm mit Oh, du dreckige Kuh Jetzt mach doch Alter, willst du mich verarschen, jetzt komm Dann komm du halt Jawoll, so kommt Dann bau die bitte mal ein Alter, willst du mich jetzt verarschen? Hallo Ihr wollt mich doch jetzt verarschen Aber seid ihr behindert im Kopf? Dann bau die beiden da bitte ein, aber bitte nicht so, dass die sterben Ganz normal oder was? Warte Ah, die können da rüber, ey, willst du mich verarschen? Ja, zwei hoch, musst du bauen Sag mal, seid ihr behindert? Kommt doch mal her! Habt ihr irgendwie zu viel Queck geraucht oder was ist los mit euch? Ja komm, ja komm Geht das nicht mehr mit Weit doch, mit Weizen muss das doch gehen Die fährt doch auch voll ab Da, guck, da, die fährt doch auch voll ab Da, jetzt, zu, 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 zu Ja, kann ich nicht Halt, nur kein Prock, dass hier ein Creeper oder so auftaucht und dann mit der ganze Arbeit wegbombt So, lass mal futtern, sonst sterbe ich Ich weine raus, klar, jetzt kommt doch noch ein Stein oder was hin Kann doch mal hier rein Alter, guck mal, die Kuh fickt sich Ja, hink grad im Arsch, Alter Na geil, Alter, wir haben jetzt auf jeden Fall Kühe hier So, ich baue mir jetzt hier auf jeden Fall ein Haus Alter, ich hoffe mal, das geht klar, dass ich die jetzt bis dahinten hinfrachte, weil das ist ne Arbeit, ey Das wird ne verdammte Arbeit Hey, guck mal, das Schwein hängt, äh, guck da raus mit seinem Kopf Hö Hö Wo ist das? Das hängt bestimmt im Baumfeld, ach, hier Hö 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 Naja, siehst du eine Kühe? Ja, ich muss dich auch gleich weg. Hast du genug Foto eigentlich? Ja, ich höre ein Skelett. Ich habe keine Lust aufs Skelett geweckt. Lol, guck mal! Die Blätter, die haben uns jetzt gerade überragt hier, oder? Echt? Ja, guck mal, die wachsen so. Ja, cool. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis hell wird. Ich geh mal ein bisschen klettern hier. Oh Gott, das ist eine Spinner. Oh mein Gott. Stinde. Ja, nee, sag an, das habe ich ja nicht gerade gesagt, ne? Alter, der hört mir nicht zu. Geil, das mit dir ja aussieht. Alter, voll fett. Alter, voll fett. rich? Hallo. Mit hau. Da maach saming ich auch nicht mehr, ab? Ja, da war doch als paar Mal vom Stall. Das wird nichts von ihnen weitergeretched. Ja, das war nicht. Wo hängst denn du jetzt? Alles klar. Ah, es wird gleich wieder hell. Du musst aufpassen, aber sie ist ein bisschen laut. Ja, Alter. Oh mein Kummer. Jetzt sind die so ein Hund über den Zaun, Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, ich kann den drauf gehen. Ich kann den hier ausziehen. Wo ist der hin? Alter. 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 Ist der behinder der, Alter? Der ist hinter dir. Alter. Oh cool, guck mal. Warte, guck mal. Was das macht. Ich bin hier. tschö äh äh vollgeil mich auch äh es muss ja Ender ähm Endermans kriegst du Enderperlen und die teleportieren dich das für immer ja nein halt nur die Enderperlen die du dann bekommst. Aber das ist echt geil. Rette dich manchmal aus ziemlich kniffligen Situationen. So, wir sind gleich soweit für die Abfahrt. Freunde. Oh, geil, ey. Dann haben wir auch auf jeden Fall Kühe, Alter. Die Frage ist nur, wo tun wir die hin? So lange in unserem Haus wahrscheinlich, ne? Ja, würde ich sagen, oder? Ach so Holz gefarmt? Ja, ne? Ich habe, also habe ich eben bei uns in die Truhe reinkommen. Hier gibt es doch genug Holz. Aber ich habe ja keine Ahnung. Hast du eigentlich Steine oder so mit? Nein, ne? Steine? Ne. Na, na. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ja, gut reingesetzt, Benni. Das ist ja perfekt. Ja, na. 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 Na, na. So, mattered. mal bitte irgendwie gucken, ob da noch Zombies oder so sind. Okay. Denn jetzt geht's echt im Schneckentempo. Und kein Bock da jetzt irgendwie Creeper oder so. Nö, hier, das Land ist frei. Oh nein, die kommen nicht mit, ich glaub's ja wohl nicht. So, jetzt. Tuff, 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 die Eisenbahn, wer will mit nach Hause? Ich sag's schon, wenn die dir nicht mehr folgen. Und was ist, wenn du rennst? Ah, ne, dann verbrich die Verbindung ab. Wow, ich bin in die Höhle reingefallen. Ja, du bist echt... Oh man, das ist jetzt ein langer nach Hause Weg. Kann ich schwimmen? Ja, dauert aber auch lange. Ja. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Oh, doofe Kuh, Alter. Komm her. Einer hat zwei. Komm, den dritten will ich auch noch. Danke. Diese Fanatiker. Ja. Aber du doofe Kuh, wie macht man das denn? Ja, mit Weizen kannst du nur. Man bewegt dich doch. Oh. Ja, zwei sind auch in Ordnung. Hauptsache zwei kommen mit. Also die töten oder was? Oh, komm schon. Ja, kann's machen. Komm. Ich hab' ne Scheiße hier an. Ja. Ich hoffe, die hat jeder getroffen. Was für eine blöde Kuh, ey. Was für eine blöde Kuh. Naah. Komm schon. Kühe, ey. Ja. Jetzt hat man dich. Die kommt da nicht hoch. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt mach. Wie geht deinen fetten Arsch. Danke. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Wo geht's eigentlich nach Hause? Richtung da. Ich hoffe, das ist nicht mehr so weit. Aber wir sind, glaube ich, einen weiten Weg gegangen, ne? Und es wird gleich schon wieder hell. Äh, dunkel. Scheiße. Ja, ich glaube, irgendwo da. Ich glaube. Nein. 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 Ach, kommt schon. Ja wo geht´ zu Hause? Irgendwo dann lag. Der sieht bestimmt voll komisch aus, ne? Ja, Mann. Der lahmarschige und der schnelle. Siehst du denn schon unser Zuhause? Nö. Ähm, echt problematisch, denn es wird so langsam wieder dunkel. Nein, komm mit. Ach, ich wollt schon sagen, ey. Schau, keine genau, wo unser Zuhause ist, deshalb. Traur auf den Gembe. Traur auf jeden Fall noch wissen. Da haben wir ja Kohle gefahren. Ich glaube, nach dem Steinbio war das, ne? Ja, wir müssen hier dann auf jeden Fall. Dann kommen halt die Bäume noch und das sind immer gestart. Gott, das wird echt dunkel, ne? Oh, bin ich froh, dass die zuhause sind. Eventuell kommen jetzt sogar noch wieder mit. Ja. Na, kommt ihr noch mit? Ich glaube, die wollen nur Körner. Töpah! Sieht auch schon mal gut aus hier. Wie ihr bringt euch jetzt selbst, um, dann hauen ich euch. Na. Oh Gott, es wird dunkel. Ein Zombie irgendwo, aber ich glaube, das unter uns. Schwingt ihr noch mit, oder? Geh mal geradeaus und guck mal. Hä? Geh mal geradeaus und guck mal. Na gut. Nein. Oh, ich wollte schon sagen, Alter, wenn du jetzt nicht mit schluchst, dann haue ich dich. Hallo, kannst du dich mal verpissen, du Schwein. Steh mir nicht den Weg. Also einfach nur geradeaus. So gerade mal. Es ist doch dunkel. Nein, 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 nein. Oh nein, kommt schon, Freunde. Alter. Kommt schon. Kommt schon, Kühe. Seid nicht so. Oh, danke. Kommt schon, Alter, wir sind uns jetzt verarscht, jetzt habe ich aus für mich schon wieder gedreht. Nein, jetzt blicken die sich. Auch Mann. Ja, einfach nur geradeaus. Ich habe hier gerade andere Probleme. Es wird dunkel und die Spiegel wieder zurück. Ich komme gerade wieder zurück. Mann. Ist das doch noch lange? Nee, es geht. Es wird dunkel, Alter. Komm schon. Ich glaube, ich sehe schon, dass... Ich sehe schon unser Seelen. Nein. Komm mit. Alter. Kommst du jetzt? Nein. Nein. Ich würde... ...schlüsse, wenn eine Kuh drauf geht... Na... ...lief ich aber direkt. Ja. Also wir tun noch genug Erde? Ja. Und... ...und... ...und dann eventuell dann doch sicher zu gehen. Ich hoffe, das ist nach dem Berg. Nein! Komm schon! Tu dich mal bitte eingraben. Nein, 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 nein! Du scheiß Kuh, Alter! Nein! Oh, jetzt springt die da raus. Komm rein mit dir! Er guckt mich nicht rein da! Jetzt hat die dich irgendwie auf den Kicker. Ist die dumm? Ja! Komm mit dir! Ach komm! Ist aber schnell, komm! Ist noch eins offen. Oh, Alter, was ne Folge, ey! Ne, tu den Kopf raus! Wo kann ich denn jetzt hier nicht bauen? Warum kann ich denn jetzt hier nicht bauen? Jetzt müssen wir ja wieder warten, bis es hell wird. Ja, sorry, Freunde! Sorry dafür, Freunde! Aber das ist halt so, ne? Da gibt's manchmal Tage, wo du halt... ...warten musst. Um irgendwas zu erreichen, musst du auch durch die Scheiße durch. Ich habe auch 13 Pfäder, das ist sehr gut. Mach ich mir gleich den Boden eventuell. So, jetzt könnte es wieder ein paar Minuten warten, bis es, äh, wieder hell wird. Ja, sicher ist sicher. Tja, was machen wir jetzt in ein paar Minuten, das ist die Frage, ne? Ja. Lachwitze vorlesen. Ich fang an. Lachwitze. Lachwitze ich habe eine Spinne schöne Spinne ja auch nicht die Tür schlagen Mann aber gar nicht geschlagen müssen Alter Schwede so doof ich fahre ich mache ja so Alter diese Flachwitze sind so dumm Alter diese Flachwitze sind so dumm ja wie sind sie auch Flachwitze Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen was ist die Steigerung von Rinderwahnsinn Frauenpower wow kommt nicht drauf klar wow alle Kinder fürchten sich vor Udo nur nicht Agathe die Kankerate Alter das ist denn ernst was ist das kleinste Teil des Mantas das Hören des Fahrers hä Antiwitze zwei blinde streiten sich um die Fernbedienung d Blondinen Witze wie nennt man einen Mann zwischen zwei Blondinen glücklich der war tatsächlich nicht schlecht BVB Witze wie nennt man einen intelligenten Menschen im Westfalen Stadion GästeFan what Franzosen Witze wo findet man 6 Millionen Franzosen Witze in Frankreich sind das 4 I don't understand Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei Und sagt ich krieg ein Brot Darauf der Bäcker Sachen gibt Wann weißt du Dass du schlimme Akne hast Wenn die Blinden versuchen Dein Gesicht zu lesen Alter Oh shit Polizei aufmachen Ich will keine Eier Wir haben keine Eier Ich weiß Ja, kann ich schon Bei SMS Lust zu machen ist billig Aber über WhatsApp ist kostenlos Wie viel wiegt eigentlich deine Frau Frag mich doch bitte was leichteres Alter Einen guten muss ich aber bringen Einen guten Was darf bei einer Knackwurst nie fehlen? Das N Knack Also N Und steht da Kack Alles klar Willst du eine Kackwurst? Oder eine Knackwurst Pass auf, Skelett ist bei dir irgendwo ne? Also du kannst jetzt gesnappert werden Das ist auch cool Das ist auch cool Deine Mutter Steckt sogar Fotos Ah, die war doch am besten Okay, deine Mutter ist so behaart Der Yeti macht Fotos von ihr Den kann ich gar nicht Alter, der ist nicht schlecht Du weißt du? Ja Deine Mutter ist so hässlich Bei ihr wird eingebrochen Um die Vorhänge zuzuschließen Der ist echt gut, Mann Geil, Alter Das hat sich erst mal Das hat sich erst mal Wurde der Zunge zergehen lassen Ihr Witz des Tages Eine Blondine wird vom Passanten auf der Straße angesprochen Gute Frau, ihr linke Brust hängt da heraus Blondine, scheiße Schon wieder das Baby im Bus vergessen Alter Okay Wenn deine Mutter im See badet und pupst Kommen die ersten Interessenten, um das Motorbrot zu kaufen What the fuck? Mit deinem Mutter Pups klatschen die Stinktiere Respektvoll Beifall Hey, den hab ich grad aufgelesen Deine Mutter arbeitet so auf dem Fischmarkt als Dank, Alter Deine Mutter arbeitet im Gefängnis als Bestrafung Alter, nicht schlecht Deine Mutter ist so hässlich Sie braucht einen Waffenschein für ihr Gesicht Deine Mutter ist so dumm Sie schlägt sich ein Buch ins Gesicht und schreit Facebook Alter, deine Mutter ist so fett Ihr Foto der ersten Klasse druckt immer noch Deine Mutter ist so dumm, sie versucht Fische zu ertränken Alter, als deine Mutter nach Tschernobyl gezogen ist, sind auch die letzten Menschen weggezogen Alter Deine Mutter ist so dumm, die dreht Quadrate bei Tetris Deine Mutter kriegt beim Elternabend einen Klassbuch-Eintrag Deine Mutter ist so dumm, die steht vor der Rolltreppe und zählt die Stufen, Alter Das sind jetzt gerade alles so Standardsprüche Wie der Hell Einige konnte ich tatsächlich noch nicht Deine Mutter wird öfters geknallt als die Tür vom Arbeitsamt Deine Mutter wird öfters geknallt als die Türe vom Arbeitsamt Deine Mutter arbeitet in der Losbude als Niete Deine Mutter schickt Problemberichte an Microsoft und wartet auf Antwort Deine Mutter zupft sich die Augenbrauen mit einer Rohrzeige Alter, ist das denn scheißernst? Deine Mutter schwänzt die Arbeit und zackt bei Saturn Playstation Deine Mutter zu überfahren muss man zweimal tanken Alter, Alter Alter Deine Mutter lacht beim Kacken What? Klassik Deine Mutter heißt Harry und ist die stärkste im Klassen Deine Mutter ist schwarz und fährt den Truck von A-Team Deine Mutter lässt den Salat anbrennen Deine Mutter lässt den Salat anbrennen Alter, ich kenne nur und deine Mutter lässt Wasser anbrennen Deine Mutter glaubt bei Keiko verlagte Kassenzettel Deine Mutter schwitzt beim Kacken Deine Mutter Deine Mutter steht morgens um 5 vor 8 Uhr vom Aldi und singe It's the final count 3 Ha 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 A-Sat, aber wir haben 2 Uhr Ohne Scheiße Ich bin froh, wenn ich jetzt mal endlich hier fertig bin, ne? Deine Mutter macht den Kamal die Armdrücken und Flaschenbrand, Alter Ja, Allah Wenn doch jede Mutter machen oder nicht Ich bin froh, wenn ich jetzt mal endlich hier fertig bin, ne? Deine Mutter macht den Kamal die Armdrücken und Flaschenbrand, Alter Ja, Allah Ich glaub die Kühe werden von dir, äh Was weiß ich Oh, ich seh's glaub ich schon Ich wusste es Man, du lenkst die Kühe ab Och kommt ey, das ist nicht euer Ernst jetzt Mädels Nein, geh weiter, lauf! Alter, du lenkst die ab Oder ist ein Schaf Oh da ist ein Schaf Oh, da war ein Schaf Oh, da war ein Schaf Ja man, endlich zu Hause Oh, das ist schon die Hütte Oh, da war ein Schaf Hier ist ne Höhle! NEIN! Oh, ey! Meine Mutter ist ne Kuh, genauso dumm! Meine Fresse, ey! Nice! Weißt du, wie man Zäune macht? Ne! Das ist gut! Nein! Alter, wir haben's geschafft ohne Scheiß! Auf knappe Stunde und wir haben es geschafft. Sorry, falls die Folge nicht so interessant jetzt gewesen ist. Ich schaffe mal nicht, dass sie in den Keller gehen. Alter, seid ihr jetzt echt so blöd oder tut ihr nur so? Alter, ist das euer Ernst jetzt? Nein! Ja! Tschüss, die macht Breakdance, guck! Die hat ein paar Breakdance gemacht, die hat sich voll gefreut. Nein, ihr seid dead, bitches! Wir gehen in eine! Kusch ab! Ja, geil, wir haben doch gar kein Holz, hä? Was hast du denn das hingetan? Ja, ne... Ja, holz! Ja, holz! Scheißegal, warte! Ja, alter 64. Ja, ja, pulz, nicht mit. Ich habe ihn gefahren, meine Zeit. Toll, und sie wird... War doch gut! Ja, war auch gut! na 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 um so ja Ich bin hier. Ich bin hier. stimmst du gut zu und alles klar würde ich sagen die folge ist beendet das gleiche ist drin auf jeden Fall tschüss Schaudern wir sind Bis zur nächsten Folge von Minecraft, together, haut rein, haut raus und tschüss. Ciao, ciao, ciao.